Guten Tag, ich werde heute kurz überprüfen, wie sich verschiedene Abschlusswiderstände oder eben Dummy-Louds verhalten, bis zu welchen Frequenzen die geeignet sind. Hier sind eigentlich nur Abschlusswiderstände zu sehen. Ich habe bereits einen Directional Coupler hier aber vorbereitet und hier ist eine 5 Watt Dummy-Loud oder eben ein 5 Watt Abschlusswiderstand, wie Sie wollen. Die kleineren, diese da, die sind nicht für hohe Leistungen gedacht, sondern nur für ganz, ganz kleine Leistungen, also im halben Watt-Bereich. Dies ist ein SMA-Anschluss und das sind zwei BNC-Anschlüsse. Dieser hier, dieser 5 Watt Abschlusswiderstand, sollte eigentlich relativ hochwertig sein, ist auch mit einem SMA-Anschluss versehen. Denn der Directional Coupler, den ich hier verwende, ist von Mini-Circuit und der geht eigentlich korrekt bis 2 GHz. Ich habe ihn auch geprüft, es geht auch ein bisschen höher, aber 2 GHz sind eigentlich dann korrekt. Also werden wir auch die Dummy-Louds und die Abschlusswiderstände nur bis 2 GHz prüfen. Das werde ich mit dem Spektrum-Analyser machen und mit dem AMK, mit dem Advanced Measuring Kit, der man per Software installieren kann. Der ist ganz wertvoll, ich werde Ihnen den kurz zeigen. Als erstes habe ich beim Spektrum-Analyser die Startfrequenz hier auf 1 MHz eingestellt und die Stop-Frequenz auf 2 GHz, damit wir im Einklang stehen mit den Spezifikationen meines Couplers, der eben nicht höher geht. Jetzt haben wir aber hier die Möglichkeit eben, zuerst mal den Track-Engine-Rate reinzuschalten. Das mache ich hier. Das ist mal entscheidend. Und dann müssen wir den AMK-Modus aktivieren. AMK, das ist der Advanced Measuring Kit. Und hier kann ich direkt jetzt SWR und Return Loss messen. Das Erste, was wir machen müssen, ich muss alles nullen. Ich werde also diesen Dummy-Load, den jetzt bereits aufgeschraubt war, werde ich mit Kalibrieren, Open Load, also wenn nichts daran ist, hier einstellen. Damit ich eine Referenz habe, die eigentlich auch die Verluste der Kabel usw. ausblendet. Und jetzt stecke ich diesen ersten ein, den wir gesehen haben, also mit diesen 5 Watt. Jetzt können wir hier schön sehen, was hier passiert. Der Marker ist hier, der Marker, und der zeigt direkt das VSWR an. Oder halt Return Loss. Sieht man auch hier. Und ich kann jetzt hier eigentlich mit dem Marker hin und her fahren. Und wir stellen fest hier, also mit einem SWR von 1,07, das ist natürlich hervorragend. Also bis 500 MHz ist das ein Spitzen-Dummy-Laut. Und jetzt gehen wir ein bisschen höher, also bis 1,15, das ist auch noch gut. Und schlimmstenfalls kann man auch noch 1,5 nehmen. Das ist etwa hier noch nicht ganz, jawohl, jetzt sind wir dann dort. Hier 1, da, hier 1,5, richtig. 1,5 und wir haben dann 1,3 Gigahertz. Also dieser Dummy-Laut wäre für kleine Leistungen, also bis 5 Watt, auch durchaus im höheren 23 cm Band im Amateurfrequenzbereich tauglich. Das ist eigentlich der Beste, den ich habe. Ich werde jetzt den kleineren, den SME, 50 Ohm Widerstand anhängen. Mal schauen, was der da leistet. Ja, ein bisschen gar nicht so schlecht. Also ich bin jetzt immer noch bei 1,4, der ist ein bisschen besser. Also wenn ich jetzt auf 1,5 gehe hier, ungefähr hier, jawohl, habe ich auch 1,5, irgendwie 1,45. Hier, jawohl, genau. Habe ich als Quenzfrequenz, der ist also noch ein bisschen besser, ist aber nicht als Leistungs-Dummy-Laut gedacht, sondern nur als Abschluss-Widerstand, jetzt gehe ich zurück auf die extrem guten Werte, also wo wirklich kein, ein hoher Return-Loss ist, also bei 30 dB ungefähr. Das ist hier der Fall. 27, 30 dB und da haben wir ein S-Wär von 1,0 irgendwie etwas. Ja, hier 1,08, genau, 1,05 schwankt ein bisschen. Und wir sind da in einem Bereich von 28 bis 30 dB, das ist hervorragend. Also man kann dieses Teil als Abschluss-Widerstand bis etwa gut 500 MHz benutzen. Also nicht 3 oder 3 GHz, sondern etwa 5 MHz. Jetzt werde ich noch die ganz billigen nehmen, die man früher in Netzwerken benutzt hat als Abschluss-Widerstände und werde mal wechseln auf BNC. Das dauert schneller, ich werde kurz unterbrechen. Zwischendurch noch die Tabelle von Mini-Cirquids, die findet man unter Mini-Cirquids Return-Loss vs. VSWR. Wir haben vorhin so um die 30 dB, das sieht man hier. 30 dB sind circa 1,05, 30 dB. Und wir hatten vorhin Werte, die so bis zu 1,5 gehen. Das haben wir hier ein bisschen so eingekreist. 1,5, ja, 13 dB Verlust, also Return-Loss ist noch gerade so akzeptabel. Wenigstens für einen Dummy-Load, für einen Abschluss-Widerstand würde ich sagen, ja, sollte man da nicht unter diese 25 dB gehen. Also 25 dB sind 1, 10, so eigentlich irgendwie in dieser Gegend. Natürlich, hier sind Plus-Werte abgeführt. Das Gleiche gilt natürlich für die negativen Werte. Hier sind Plus und natürlich gilt das auch für die negativen Werte genau gleich. Diese Tabelle kann man spielend herunterladen. Hier bei Mini-Circuits kann man die herunterladen, eine PDF-Datei und die ist ganz nützlich. Am Directional Coupler habe ich einen BNC-Adapter angehängt. Damit das korrekt ist, mache ich Reset und kalibriere noch einmal, damit auch dieser Adapter in die Unsicherheit einbezogen wird. Jetzt werde ich den ersten anhängen und jetzt sieht man schon ein bisschen Unterschiede natürlich. Also wir sind jetzt bereits bei 1,2. Also dieser Abschluss-Widerstand, wenn man unter 1,1 geht, ist dann nur noch bis etwa 200 MHz tauglich. Als Abschluss-Widerstand, das ist dann schon nicht mehr so gut. Also schlimmstenfalls 1, 1,5, aber das ist für einen Abschluss-Widerstand dann schon viel zu hoch. Man sieht auch, dass die Rampe relativ steil ist, also brauchbar, richtig so bis 1,10 so ungefähr, bis 200, 300 MHz, also nicht mehr. Das war die Variante hier, das war dieser Abschluss-Widerstand. Und jetzt kommt noch der andere, also dieser Grünhütchen, das sollte ein bisschen besser sein. Und ich werde den nochmal anschließen. Man sieht schon jetzt, also die Kurve ist flacher hier, doch schon einiges flacher. Also wenn wir jetzt da hinübergehen, ist dieser Abschluss-Widerstand dann deutlich für höhere Frequenzen bereits gut geeignet. Also irgendwie bei 600 MHz und dann steigt es an, nicht so steil wie beim anderen. Also wenn ich da auf 1,5 gehe irgendwie, Größenordnung, jawohl, dann bin ich doch schon bei über einem GHz knapp bei der Frequenz im Amateur 23 cm Band. Aber diese Abschluss-Widerstände werden nicht für Leistung gebraucht. Also als Abschluss-Widerstand kann man den sehr gut gebrauchen für irgendwie 500, 600 MHz. Darüber sollte man höherwertige Abschluss-Widerstände benutzen, die auch zertifiziert sind, bis irgendwie 3 GHz, 5 GHz oder bis 18 GHz. Dann kann man die auch gut benutzen, wenn man Vergleichsmessungen machen will mit einem Directional-Coupler. Aber dann sollte man auch den entsprechenden Directional-Coupler haben, der eben auch höher geht und nicht nur bis 2 GHz wie meiner. Die sind einfach ziemlich teuer und wenn man es nicht unbedingt braucht, kann man Vergleichsmessungen eben auch im tieferen Frequenzbereich durchaus machen. Das als kurzer Überblick über die Möglichkeiten des Advanced Measuring-Kits, um direkt mit einem Directional-Coupler VSWR und Return-Loss zu messen. Ein Feature des Sigland SSA 3021. Das ist eine Zusatzsoftware, die man installieren kann. Schönen Dank für diesen kurzen Blick ins Labor und bis bald!